was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an zuschauer und abonnenten wir spielen heute großbrechen weit land zusammen mit dem mark mal aus dem hitter und den schulig schönes in den felsen gezogen und zwar machen finden sei hier computer zu finden das hier link ist ein schönes eine sehr gute frage nach zu irgend so ein anwesensberg macht nicht den heli blatt bitte und er landet ich bin auf dem heli gelandet ich bin gleich tot wieso müssen wir denn immer mit dem schlachtfeld aussteigen ihr macht mich fertig ist kein scheiß wir sind im gebäude ist richtig gut gelaufen hier kurz und schmerzlos kopf und schmerzlos muss das gehen ich bin sexuell ausgenutzt ich bin hingefallen das frau hält sich echt nicht viel aus das ist eine nade weiß ich bin auch unten versuch schnell leute aufzuheben ich bin noch da warte ich komme zu dir jetzt schmeißt er eine granate müssen alle da und sein ja gut gemacht wenn du zielen könntest da ist der computer ab in die häuser ein computer brauche wir hier ist noch eine mikrowelle ach was auch wenn du willst kann ich auch hacken fischiger von mir malus sammelt punkte alter das hast du die beiden trainieren das ist ja bestimmt jünger wieder oben ganz oben auf dem dach am besten hier ist der büro sehen wir uns mal den dc hat das perfekt ja ein laptop weiß nicht irgend einer spricht und ich höre die ganze kleine nachgeräusche ok das war es schon wieder ja gut meine liebe freunde wenn es euch gefallen hat hallo 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 nein das nur noch drei Minuten wir müssen noch Weihnachten machen hallo hallo kann man den heli jetzt hier noch benutzen weil er so schön drauf gelangt ist keine ist noch ganz easy man verdammt ich geh als schütze rein haut rein jungs wir haben direkt die nächste story mission mach so ein bisschen der viel ja wir müssen erstmal die olle hier auslappern lassen da ist ne krone ist doch der einsatz neuer einsatz die krone wow ja dann das ist bestimmt das anbieten wir machen wir doch direkt mal action jetzt kommt schleichen sie sich rein und wieder raus ohne entdeckt zu werden steht schon da ach ja geil aber erstmal nur erreichen sie das versteck das sollten wir schaffen ach so erreichen sie ohne entdeckt zu werden ja Anders schlande also schlande also schlande ey schlande etwas vorher ey das kann nur das kann nur von was kann nur vor zu einem runde entdeckt werden moment ich��부at Das kann nicht normal sein. Oh Mann. Was ist das für Leute? Ich habe da Probleme? Der hat Timely Flugstunden genommen. Habt ihr Probleme oder was? So, lassen wir es botten hier. Oh Mann, oh Mann. Da muss ein T-Shirt her. Da geht gar nicht anders. Irgendwie ist das Oben drin. Das ist nur einer. Einer da oben drin. Das war's. In den Vorposten sind noch welche, aber ganz vorne an der Straße. Ja, dann reinschleichen. Ja, aber lasst mal trotzdem sachte machen. Ich sehe Pulpus Versteck. Warten wir, bis er rauskommt. Ja, warten, bis er rauskommt. Warten, bis er rauskommt. Okay. War der eine Typ oben oder unten? Oben. Werder ist oben. Er bewegt sich. Hey, das haben wir vorbeigerandt. Hier ist unser Mann. Los. Schützen Sie ihn. Wir sollen ihn schützen. Was? Ohne das Heli. Unten bleiben. Wie soll ich denn den schützen? Wo ist denn der Typ? Achso, war der? Der muss hinterher fahren. Ich bin mit drinne. Komm, steig da ein hier, du Lappen. Der steigt wieder aus. Mach den nicht mal drauf. Ja, weg. Kommt der jetzt hier rein? Was ist denn los mit dir? Schnapp den doch mal. Könnt ihr den nehmen? Nehmt den doch mal. Und einer bitte ist... Kommst du jetzt hier rein, wenn er hier reingeht? Er fährt selber. Wenn wir einsteigen, steigt er wieder aus. Ja, was ist denn mit dem? Schützt ihn ja auf seinem Weg zum Flugplatz. Lass ihn mal einsteigen. Du dürft nicht einsteigen. Ja. Nur eure. Hol ich alle, alle down, alle weg. Kannst du jetzt bitte fahren? Ja, aber das Problem ist, ihr müsstet bitte mal bei mir ein ans Auto einsteigen. Das ist ja mit der Minigun beweglich bin. Warte, warte, warte. Warte, vielleicht wird es verstanden. Er steigt ein. Achso, wir müssen fahren. Er fährt automatisch hinterher. Go. Hitcher, kommst du? Gut, go. Warte, lass dich da unten die Unis holen. Halt an. Alter, was machst du? Wer fährt? Fahrt mit daher. Ja, deswegen können wir nicht so lange alleine das Vorderstelle. Das ist ein Ende. Der ist jetzt schon unquallen. Oh. Ziel getötet. Einsatz 4 geschlagen. Wow, das ist aber echt heftig. Will der nur diesen Jeep rein? Ja, ne? Ne, der ist vorhin sogar in das Auto eingestiegen mit der Knarre obendrauf. Aber war ich ja an die Knarre, bin es ja wieder ausgestiegen. Plus das Ding brauchen wir. Mit der Knarre. Ja. So, warte mal, hier unten sind doch irgendwelche Pimmel. Boah, wenn wir jetzt dieses gepanzerte Fahrzeug holen könnten von dem Abwurf, ne? Halt, die werden dich sehen. Ey, wir dürfen nicht in den Eck wecken, Leute, der, nicht vergessen. Okay. Warte mal, hier ist noch einer irgendwo. Tot. Okay, dann können wir hoch. Hier ist noch einer irgendwo tot. Trink mal so spät noch Kaffee. Kein Kaffee. Ich hoffe, ich sehe Pultusversteck. Warten wir, bis er rauskommt. Was war mit diesem anderen Typen? Ich gehe jetzt direkt an das Geschütz hier. Jetzt kommt da raus. Kommt einer bitte mit bei mir ins Auto? Ja. Hier ist unser Mann los. Es fehlt noch so ein zweiter Schützwagen. So, fahr mal vor, jetzt. Ja, dann können wir schon mal stunden. Ja, fahr mal weiter da vorne, warte, stopp. Okay, fahr mal weiter, 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 weiter. Oh, 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 oh. Wer fährt denn jetzt hier eigentlich? Dicke. Warte mal, hier ist einer. Den habe ich. Gut, 40 ist fertig. Hab ich. Von hinten kommt was? Stopp halt an, hinter uns. Ja. Wohl, ich kann Hitcher ja eigentlich ein bisschen abdrängen, oder? Ja, ich kann mal weiter. Ich bleib mal an dem Tiefen. Oh, vorne ist nämlich auch was. Ich kann ja jetzt nicht schießen. Jan Bedeus im Anmarsch, feuer frei. Ja, aber wo? Aber weg damit. Wer schießt da, wer schießt da? Von hinten. Von hinten waren die. Einfach weiterfahren, einfach weiter. Oh Gott, oh Gott. Oh, das wird jetzt lustig. Wollte da jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den Hammer. Einfach durch, Junge, gib Gas, Junge, gib Gas. Hubschrauber, bitte biege mich links ab, biege mich links ab. Ja, und Gott sei Dank. Hubschrauber down. Hubschrauber down. Okay, auf uns immer noch ein paar Rebellen. Da hat gerade eine geschrieben. Oh ja, wir haben es auch gehört. Okay, der Flugplatz ist ja irgendwo. Alter, der ist doch steif, Alter. Was ist denn los mit denen? Vorne. Flugplatz voraus. Schützt Pulpo weiter, bis er dort ist. Ich seh die nicht. Schau dich, der biegt den links ab. Ja, hab ihn. Okay, wir sind auf dem Flugplatz. Er steigt aus. Er steigt aus. Wo rennst du hin? Zum Heli. Der Klan hört sich da. Er rennt zum Heli. Badus macht das doch schon mit meinem Gerät. Fliegst du alleine weg oder musst du dich wegbringen? Unser wichtiges Ziel... Ja, der fliegt alleine. Geh mal weg, Arki. Steigt bloß hier. Nicht einsteigen. Lass ihn, lass ihn. Okay, er ist abgehauen. Sehr gut. Okay. Yes, beaches. Oh, der haut ab nach Mexiko. Sau. Macht sich dort ein schönes Leben. Ja. Wir müssen hier weiter fighten. Verstanden. Wir melden uns. Nomad Ender. Oh. Boom. Noch ein. Wie, tschüss. Ich hab ein Video. Guck mal, da kommen die Nachzykler. Ich hab auch ein Video. Lass gucken. Ja, ich räum die letzten Leute weg. Nidia Flores war in Not und sie wusste es. Nicht nur die Drogen wurden angegriffen, sondern auch das Geld. La Bromka. Geld, das für unsere Investoren in Mexiko bestimmt war. Mexiko. Und dort niemals ankommen sollte. Was wirst du unternehmen? Keine Ausflüchte. Keine Erklärungen. Kein gar nichts. Nidia wusste, sie musste die Lösung finden. Bevor die Lösung sie fand. Ich wiederhole, Pulpo ist durch. Verschwinden wir. Wow. Jungs, das Gebiet haben abgeschlossen. Echt? Ja. Ich bin gucken, ob ich gerade das Video einen Moment. Achso. Ey, Pulpo. Ich will die Schönheitskönigin, ey, die alte Bitch. Ja, dann. Okay, lass mal hier Schmuckel weiter aufräumen. Schmucke? Ja, Schmuckel Abteilung. Und zwar hier. Heliolen und dann geht man hier oben ins nächste Gebiet. Ja. Warte mal, hier ist ein Fluchtzeug. Ist aber das ein Riesenfluchtzeug hin. Oh, das nehmen wir. Das ist gut. Das nehmen wir. Wo sind wir sie? Da hin. Doch. Oh, und dann noch ein Regen, ey. Wie episch. Das ist so richtig dangerous. Dangerous. Wir haben nur eine Schrodi gekriegt von dem Typen. Dangerous. Oh, no, no. Rutsch von der Fahrbahn aber nicht runter. Ich glaube, das war's hier. Ich kann nicht einsteigen. Walsch nicht. Hinten sind die Türen. Da gibt es irgendwie nichts mehr. Bist du noch drin, Mann? Ja, ja, vorne. Ich bin ein Co-Pilot. Dangerous. Dangerous. So, wo müssen wir denn hin? Ein schönes Stadtrundflug hier. Was ist mir zu B? Ne, zu A. Sieht schon voll geil aus, ne? Mit den Blitzen hier und alles und mit dem Flugzeug so. Amade. Dangerous. Dangerous. Soll ich versuchen, den Esel zu landen? Wohl. Obwohl, wir müssen erstmal nur ins Gebiet fliegen und schauen, was sich freischaltet. Kommt falsch, wenn wir abspringen, wenn ein Heli sieht's. Sag bitte vorher Bescheid. Äh, Alter, was ist denn das für ein Convoy da links? Mit Hubschrauberbekleidung? 1000 Treibstoff. Den ramme ich weg. Raus, Leute. Oh, ich bin noch hier. Ich bin bestimmt tot. Nein. Ohne Scheiß, wir leben noch. Oh, lol. Wir leben noch im Heli. Wie war das denn? Ich hab einfach den Heli weggeramt, ey. Wie geil war das denn bitte? War das, war das dangerous? Und wer kontrolliert das? Keine Ahnung, aber ich weiß, was... Ey, hier fliegen Leute. Hier kommen Leute von mir hier geflogen, ich gehe kaputt. Da ist ein Infobot. Ich hab's auf seine Leute anzuscheißen. Dann haben wir ihn fest. Wie ein Brenz. Wow. Mensch, Mensch, Mensch. Ich fand... Fandet ihr das jetzt nicht geil, wie ich den Heli weggeramt hab? Ich hab nichts gesehen. Episch was noch. Ich fand das... Das stößt du bei so ner Scheiße nicht. Ich fand das sehr lustig. Wir haben zwei Kokainlager als neuen Einsatz. Hier ist ein Sicario. Ach, da warten wir nicht, kein Tekt. Oh, ist geschiss. Wir haben sogar mehr wie zwei. Verhörerend. Verhörerend. Mach die Maul auf. Au. Verprügelt es da schon wieder Leute? Ja. Mann, ey. Oh, Fertigkeitspumpe gefunden. Er hat noch zu ihm gesagt, chill, chill, ich verrate dir alles. Aber er hat ihn trotzdem umgebracht. Mensch. Mit dieser Gewalt. Diese sinnlose Gewalt. Das vom Opa, ne? Ach, er kennt das noch von alten Tagen. Scharfschütze ist down. Ich glaub, der kriegt hier, wenn er das Spiel spielt, Flashbacks, Alter. Vom Zweiten Weltkrieg, ey. Jetzt war doch im Vietnammkrieg, oder? Beim Mandanenkrieg. Warum holt ihr die Dokumente nicht? Haben wir doch. Was habt ihr genommen? Fertigkeitspunkte habe ich. Was Fertigkeitspunkte freigeschaltet, lol? Ja. Okay, also wir haben drei Kokainlager. Und wir haben eine Waffenkiste hier übrigens. Ja, was will ich jetzt? Ach, der hat da auch schon geholt, ja, Ecoman. Ja, alles, du bist nicht bei uns in der Gruppe. So, darfst du jetzt bitte das Waffenteil noch holen, ja? Darfst du. Maschinenpistole-Magazin, nö. Kann ich nicht gebrauchen. So, welches Lager wollt ihr? Achso, habt ihr schon markiert, aber das ist doch viel kürzer. Ich hab' uns einen Heli geholt. Hast du das? Ah, der brennt. Wo ist denn der Hitcher schon wieder? Der lüngert da hinten rum. Hitcher, wenn wir das flitzehnt zur Autobahn steigen. Das ist wegen dir eine Beule im Domodau. Boah, ey. Ja, als Stadterfelsen auf der Rücksichtsbank rüberrutscht, wer sitzt da hinten? Ja, wer wohl. Hab' ihr das an Wollstern nimmt. Ja, Mann, ey, für sie wieder. Steiniger Fels. Und geb' ihn. Auf geht's. Alter, Schwede, es ist echt glatt, wenn man hier bei B. Alter, Alter. Was ist jetzt, Alter? Was war das denn? Das war gerade ein richtig krasser Entweder-Deasing oder irgend sowas, oder ich wurde auf einmal einfach weggerissen. War der Wind, Wind? Das war der Windschatten. Ja, es kann aber auch sein, seitlicher Wind. Gerade hier oben in den Bergen. Das ist eine ganz, ganz knifflige Sache. Was soll man machen? Zerstören Sie das Versteck? Okay. So, hier unten, oder? Direkt rein. Willkommen. Hier ist ein Versteck. Wusstet ihr das? Ich wusste das ja. Jo, jo. So, nur die Schwachen steigen jetzt schon aus. Oh, hier sind aber viele. Kann er mal sterben? Scharfschätze. So, da hast du gestorben. Hör mal ein bisschen. Hör mal, Kugeln gefressen. Granate kommt. Kommen mir die Kuleros. Hä? Was denn jetzt? Die überleben ganz schön viel. Was ist denn ein harte Borschen, Junge? Okay, hier ist das Versteck, Jungs. Geht vorsichtig rein, ja? Denkt dran, ihr habt alle keine Familie. Habt den Typen. Holen die. Habt ihr überhaupt gehört, was ich gesagt hab? Warum? Oh, weil der ein Typ ist hier. Ich bin auch tot, Leute. Hä? Ich konnte nicht erschießen. Da fickt ihr einfach alle. Könnt ihr mich aufgeben? Ja, hol dir halt erst die Waffe. Ach so, nee. Wieso habt ihr denn jetzt den Typen erschossen? Weil der... Hä? Welchen Typen? Ja, hier, wir konnten hier einen Typen verhören wegen Informationen. Ich wollte die grad nehmen. Dann sehe ich, wie Kugel an mir vorbeifliegen. Unentscheidung. Aus dem Weg. Da ist. Wartet bitte. Loll. Da war. Scheiße, wie ist das schafft, jetzt habe ich keinen Bock mehr hier. VK3. Geschafft. Ja, easy. Die sind es besser, oder? Aber wir probieren sie trotzdem mal. Was hat dann gemacht? Wir haben das alles da in die Luft gesprengt. Wir haben da so einen Stamm durch. Oh, Loll. Dann ist leider im Wege. Lebe ich noch? Ja. Ja. Ist nix passiert, aber alles ist alles gut. Ey, ihr Spastis. Ey, ich kann hier was durchsuchen. Alles nur eine Filmanimation gewesen. Oh, nice. Info, vier Waffen-Zubehör-Position entdeckt. Ist der das denn gemacht? Ich hab kurz die Leiche durchsuchen. Oh, siehste, war doch gar nicht gekämpft. Ja, das war der Infotyp. Habt ihr erst mal aufregen. Ich wollt grad sagen, ja. Erstmal rummeckern. Kannst mir gar nichts anhaben. Aber das ist doch jetzt... Moment mal, was ist denn das für eine Knarre? Aber wir sind auch erst mal fertig. Gut, meine lieben Freunde. Wenn's euch gefallen hat, das ist leichter nicht vergessen. Und bei den anderen vorbeischauen. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.